Ich bin Chris und heute gibt es wieder Herausforderungen für heute. Es gibt mega viele, aber davon sind viele halt richtig schon so, die ich nicht zeigen muss. Sowas wie das da, habe ich schon gezeigt. Aber das hier ist ganz wichtig. Also das hier, das habe ich euch schon gezeigt. Aber das war halt noch mehr Müll da drin, was man nicht zeigen kann, wie Truhen öffnen und sowas. Und zwar tanze bei Compact Cars, Lockys Läuftum und einer Wetterstation. Das Ding ist ja, ich kenne mich ja eigentlich gut aus, ne? Und Compact Cars, das ist irgendwo hier, meine ich. Das wäre der erste. So, dann ist der zweite hier. Hier ist nämlich der Leuchtturm, da kommen wir gleich auch schon mal hin. Das wäre, ähm, ich glaube, das ist dann die Wetterstation. Nein, Quatsch, Lockys Leuchtturm ist doch einer von mir, oder? Das ist der da oben, übrigens. Was war das denn nochmal? Warte mal ein bisschen zu kurz. Genau, Lockys Leuchtturm, eine Wetterstation. Der Leuchtturm ist tatsächlich der. Da kommen wir hin. Das heißt, wir müssen einmal da hin. Dann müssen wir einmal da hin. Und dann ist hier hinten noch eine Wetterstation. So, das sind die drei Orte und ich will die mal versuchen zu besuchen. Das Ding ist ja, die Map ist wirklich neu. Und ich zockt das erst seit, ja, Tag. Also letztes Wochenende habe ich gezockt, so. Und, ähm, ja, die andere Map kann ich ja immer auswendig. Aber hier muss ich das Ganze erst einmal lernen. Und deshalb besuchen wir erst mal den wunderschönen Leuchtturm. Wenn dir das Video hilft, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da bin ich übrigens gerade live. Also, ich springe mal eben ganz kurz hier und haue mal rum. Ist also kein, kein Fake oder sowas. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt hoch muss. Ich glaube, ja. Das machen wir mal ganz schnell. So, das wäre der erste Gewicht. Wir müssen da gar nicht hoch. Wir können einfach hier tanzen. Ich war schon selbst ein bisschen verwirrt. Das ist der erste. So, Leute, zweite Station. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Das passt dann gerade so mit deinem Leben. Das ist ein neues. Ah, neue Behrung. Ja, nice. Ich bin Stufe irgendwas. Das müsste, glaube ich, der hier sein. Wir können es nochmal testen. Yeah. So, das heißt, auf jeden Fall da einmal hin. Dann hier zum Leuchtturm. Und hier gehen wir auf jeden Fall den nächsten Match einmal hin. Und das ist dieser, ähm, ja, ein Autofriedhof. Das ist quasi das, was damals Junktown war. Das ist das jetzt. Da müsst ihr auch nochmal tanzen. Und zack, ist die Aufgabe erfüllt. Ich zeige das mal ganz schnell nochmal, wenn der Tag vorbei ist. So, was mir sonst zu laut ist. Natürlich einmal hier müsst ihr hin. Dann einmal hier. Das ist recht einfach. Und dann ungefähr das, die Wetterstation. Einmal dort tanzen. Aufgabe erfüllt. Könnt ihr in mehreren, äh, ja, mehreren Games machen. Muss jetzt nicht alles auf einmal passieren. Und dann habt ihr es geschafft. Wenn ich euch helfen konnte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein Abo da. Denn gemeinsam schaffen wir die Level 100 mit diesem Mission auf jeden Fall mega leicht. Und, äh, check den Channel ab. Das sind auch mehr Aufgaben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.